Willkommen Freunde zum weiteren Part, Zelda Trial Princess und ja der Postbote. Eigentlich wollte ich woanders dahin gehen zur Begrüßung aber naja Postbote ist Postbote. Post für dich Absender, aha. Ja dann gib mir endlich die Post und zisch ab. Gut. Dass der mich immer so gut antreffen kann. Hätte ja auch als Wolf da laufen können. Ja das war ja auch eine Nähe wo ich hin wollte. Mein Plan war eigentlich ja laufe zu ähm wie heißt es? Jetzt fällt es mir gerade ein. Genau laufe zur ukulele Kunst und ja das habe ich jetzt auch vor bevor ich jetzt ähm nein ich mag nicht mit ihm spielen. Bevor ich das mache also bevor ich ähm wie sagt man bevor ich da jetzt hingehe genau fertig aus so. Hier kann ich mir später Geld holen, kann ich mir die Käfer bringen aber das mache ich erst später wenn ich das Geld brauche. Ich will hier gerade ob ich mir die ukulele Kunst holen soll weil wenn es der Helmspalte ist zum Beispiel müsste ich das Schild wieder anlegen. Ah ne ich lasse das erstmal. Ich hole sie nachträglich dann, weil es ist sonst andauernd eine Hin- und Hergerenne wegen dem demischen Schild. Kannst du ihn da einfach so ablegen deswegen hol ich die alle später lieber. Die wichtigste habe ich ja schon nebenbei erwähnt. So. Hi. Wo bist du ja? Mhm. Hat drei Tage gedauert. Habt schon erwartet. Es ist recht eine Zeit. Ah. Mhm. Ah ok. Gut. Leute. Was gibt's? Ja. Das war jetzt blöd dass der mich noch mal gefragt hat dass ich das bitten weil eben gerade wurde ich doch vorgestellt. Na ja. Gucken wir mal auf den Plan. Ich will auf den Plan gucken. Obwohl ich gucke und spreche erstmal mit ihnen. So. Hallo. Siehst du überhaupt was? Naja. Und dir würde ich empfehlen ein anderes Make-up zu tragen. Kommt nicht so gut. Ich bin Ashley. Aha. Oder? Den Namen finde ich... Ashley an den Namen finde ich an sich richtig, richtig cool. Aber... Anderes Make-up bitte. Gut. Nein. Ich wollte eigentlich mir die Karte jetzt ansehen. So. Gut. Hi. Mhm. Ah genau. Gut. Da werden wir uns doch nochmal hinbegeben. Auf geht's. Bitte bitte bitte. Ähm. Du liest etwa die Briefe? Ach so. Dann ist es doch eher die Speisekarte. Ähm. Okay. Auf jeden Fall ist er kein Vegetarier. Ähm. Oh. Jetzt... Ich hab fast alle Tasten durch. Gleich hab ich's. Äh. Verdammt. Oh. Ich hab's wirklich mit den Tasten. So. Also da unten sollten wir mal vorbeischauen. Auf geht's. Und so schnell sind wir da. Klopp. Sitz. So. Ähm. Mensch werden bevorzugeschen den Falle. Ähm. Da ist einmal ne Statue. Ähm. Spontaner Abschuss. Gut. Hab ich eigentlich da schon geheult? Ich glaub nämlich nicht. Ja. Dann übernehme ich das mal schnell. Mal sehen. Dann hab ich die nächste Akkollekunst schon aktiviert. Moment. Ist das jetzt nicht... Hab ich schon geheult oder noch nicht? Ja. Hab ich noch nicht. Ähm. Das merk ich mir auf keinen Fall. Ach komm. Jetzt mach ich den. Meinen selben Trick wie sonst auch. Ah. Okay. Juhu. 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 Mh. Nicht schon meine Tricks hier. Gut. vámlene Kunst. Mal sehen was wir jetzt für ein Lied haben. Juhu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Warum nicht? Okay Werden wir uns mal drum kümmern Punch-English Kram festgehalten Das würde ich auch können, ey So einen Reflex haben Beim Rückwärtssalto Dann noch versuchen, die Kante Ja komm, hoch mit dir Link Die Kante sich festzukrallen und Ja Sich festzuhalten So Haben wir die Notiz? Ja, die haben wir Gut Hier Kannst du lesen? Ja Also ja Ja, machen wir Gut Juhu Freiflug Freiflug Ich plane Ich plane nächsten Urlaub Ich plane nächsten Urlaub Ich bin ein Straßenfeger in der Wüste Ich bin ein Straßenfeger in der Wüste Gut Gut Warte Verheimnisst du mir etwas? Bis der Kante ist Oh je Willink guckt schon Oh mein Gott Sie hat mich betrogen Ja Glaub schon Mhm Ah Mhm Das ist nicht so Aber Das heißt Der Kante und Ich bin Du Ich bin Mein Gott Ich bin Ich bin ... und mit Spears. Wow. Und sie kriegen wir hier. Mhm. ... und sie kriegen wir hier. Und sie kriegen wir hier. Ist doch gut mit ner... Wir haben die Steuerung trotzdem noch lieb. Xanto war der Einzige, der Messer und Gabel halten konnte. Sie sind mit ihnen. Der Spirit ist hier. ... und wieder. ... und eine sehrlücke. Sie gehen. ... und die Kaffee geht. Ja. ... ... und es ist gegründlich. ... Wow, Gerudo-Wüste. Oh je. Eine Wüste. Wüstenfischer. Hm, irgendwas sagt man hier, sollte ich mal ein Gespür benutzen. Ah, Liegzug-Euchstück. Ja, wo graben wir uns denn heute rein? Bäh. Ah, das funktioniert. Ah, gut. Noch wer? Oh, noch zwei Stück. Na, drei. Na gut, machen wir jetzt mal die. Oh, die blockt mich. Was bist du für eine doofe Spinne? Block mich einfach. Gut. Passt das? Eine Chess, eine Druhe, einen Gegenstand, den wir öffnen können. So. Gehen wir mal hoch. Ah, so. Wir müssen uns zu dem verhandeln, um solche Truhen öffnen zu können. Weil wir sonst keine Daumen haben. Und eine Turbine. Können wir glatt wieder spenden gehen. Unbedingt mehr Geld in der Börse. So. Oh, schon wieder Sandfischer. Lasst es einfach. Autsch. Hier kommt Scheiße bei diesem Licht. Oh, hier ist die Wüste groß. Der Tempel ist so weit entfernt. Oh, du Scheiße. Wow. Ich glaube, ich bewege mich als Wolf weiter. Das geht etwas schneller. Habe ich im Gefühl. Yep. Wow. Aber als allererstes will ich erstmal da hinten hin. Dem Ding, was so weiß leuchtet. Juppa. Oh, da hinten ist ein Geist. Ne, ein Käfer. Entschuldigung. Wow. Äh. Äh. Komm ich hier rüber? Warte, da drüben. Nein. Und hier werde ich nichts zu tun haben. Bada, bada. Hier können wir noch nichts machen. So. Das schaffe ich noch. Ey, komm. Darf doch nicht wahr sein. Ihr kommt hier nicht. Gut. Wo ist mein Enderhaken? Da. So. Okay, das hätten wir. Und jetzt muss ich an dich, Propeller 4 ran. Und. Buh. Überraschungseffekt. Ich höre das Knisterl an einer Kette. Verdammt. Wehe das andere Viehs hier auch drauf. Von dem ich an der Schattengeist, äh Schattengeist hat schon. Das war. Ich versiege euch lieber als Wolf. Okay, das war's. Game over. Und wir haben hier ein neues Portal. Gut. Da oben ist auch der Schattengeist, von dem ich sprach. Ah, ich wollte ihn sichtbar machen. Da. Aber ich habe kein Interesse an dem. Ich habe hier dran Interesse. Natürlich will ich warpen. Ich will nämlich was reparieren. Das sind die Brücke von... Äh, verdammt. Gucarico. Tal. Verdammt, ich habe den Portal hier noch gar nicht geholt. Naja, okay. Dann muss ich hier passen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, ich spende hier erstmal den Part. Und im nächsten Part werden wir uns dahin aufmachen. Also, bis dahin. See ya.